Da bin ich wieder. Warum macht ihr nicht das so doll? Okay. Komm, 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 komm. Was haben wir jetzt? Boah. Ja, bla 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 bla. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Meine Güte, warum unterbrechen ich immer mein Zahn? Was ist das denn? So, die lag eben nur noch im Heel. Erstmal Gas. Klingel geht noch. Haben wir abwerten. So, jetzt bewegen wir das nochmal. Oh. Was? Rauchsignal. Ja, hier ist überall irgendwie was. Oh, meine Güte. Wo ist jetzt das Hobel? Oh. Oh. Das war's für mich. Ich nehme mir noch mal hier ein bisschen viel mit. Zu dem Vogel, da wollte ich doch. Ah, die Richtung. Ah, da kann ich nicht durch. Ja, reite jetzt los. Oh, ist das ätzend. Ja, hängt fest, oder was? Ich weiß auch, das Pferd, ehrlich. Ich habe jetzt ein Rauch-Signal hier. Ich probiere es doch viel schneller. Ich weiß nicht, warum ich das Wort gemacht habe. Ich weiß nicht, warum ich das Wort mache. Oh mein Gott, das ist Ernsthaft, jetzt geht das schon wieder los, ich passe das mit ihr, also das ist echt ätzend an ihr, das ich hasse das an mir die wird 2020 2020 wird vom Nein, 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 nein. wegge, 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 weg. Sag mal. Was? Ich verstehe hier gerade gar nicht. Ich bin noch nicht der Rüste. Ich bin noch nicht mehr zu verletzen. Ich bin noch nicht sicher. Geh mir dann ja! Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Ah, fisk, 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 fisk. Fisk. Was? Ah, alles klar. Kümmer ich mich gleich drum. Aha, diese Unterbrechung im Kampf, die war ganz schlimm, weil ich immer total konzentriert bin. Aha, ja, die sehen eh alle gleich aus. Die müssen hier, die Typen nicht zeigen. Wo ist der Kollege? Oh oh, ich seh nichts, hallo. Scheiße. Nein, 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 nein Nein! Nein! Ah! Mist! Uh! Lecker! Kann ich überspringen? Ja, ich weiß, ich bin tot. Kann ich überspringen? Hallo? Na ja. So. Oh! Kann ich überspringen? Nein! Komm schon! Komm schon! Nicht jetzt! Bitte bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Lass mich los, du Heslon! Komm jetzt! Boah, ich komm doch gar nicht daran ran! Was soll denn der Scheiß? So! Oh Gott! Warum müssen wir auch direkt aneinander hängen? Oh Gott! Warum müssen wir auch direkt aneinander hängen? Ah! Scheiße! So! Arm ist weg! Klinge ist weg! Ich habe einen Fehler gemacht! Scheiße! Und ich hab den Modell gespöcht! Da war einmal real verschwendet. Scheiße! Das muss ja jetzt irgendwie durchkommen. Der Modell. Der Modell. Das? Der Modell. Oh Gott. Oh Gott! Ich bin gemerkt! Oh, das sieht hier nicht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Nicht den Nacken. Scheiße. Nein, ich weiß, ich bin gleich tot. Ich bin schon tot, oder? Ich würde nicht, würde nicht, würde nicht, würde nicht, würde nicht, würde nicht. Nein, nein. Zu spät. Ja, neustart, bla bla bla. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch und würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Attack on Titan. Ne, macht es immer richtig viel Spaß, bis auf dieses ewige Sterben. Das ist jetzt nicht so genial, aber das wird schon. Und man schafft es ja trotzdem. Und ich fand es war auch schon mal schlimmer mit Armin. Und mit diesen Worten, guten Morgen, guten Nachmittag, gute Nacht. Tschüss.